Meine Schweiz ist das schönste Land in der Welt im Taschenformat. Wir haben alles. Wir sind ein tolles, wunderbares Land. Wir leben seit 1848 in Frieden und Freiheit. Vier Sprachen, vier Kulturen, 26 Kantone. Das ist Weltrekord. Das sollten wir nie vergessen. Wir sind ein Beispiel für das Ausland. Das Gastroftal ist mein Krafttal. Wenn ich Probleme oder Sorgen hatte, bin ich hier in der Natur. Die Natur war da, bevor die Droge da war. Die Natur würde noch da sein, wenn die Droge nicht mehr da ist. Ich kenne das seit 50 Jahren. Ich bin demnächst 73 Jahre alt. Ich möchte euch danken. Ihr habt mich begleitet, kritisch, positiv, negativ. Aber ich habe nur drei Buchstaben. Ihr habt mich natürlich gerne zum Zug genommen. Die Schweizer Industrierten müssten den Fokus auf die Swissness legen.